Und ein Moinzen zu diesem Dreierpack. Ich räume mal wieder alles auf einmal ab hier. Nehmen den Spaß hier gerade quasi von Donnerstag auf Freitagnacht auf. Also ich bin mir gerade noch gar nicht selbst sicher, wann ich es hochlade, aber wahrscheinlich Freitag früh. Das heißt auch hier ist noch keine Pressekonferenz mit drin, die ist erst wieder mittags, weil wir machen die VfB News. Ein paar Sachen haben wir auf dem Zettel. Wir machen den Vorbericht ein bisschen zu Mainz und dann am Ende natürlich noch das Tippvideo zum vorletzten, zum vorletzten schon, zum 33. Spieltag. Fangen wir an mit den VfB News. Nachwuchsmodell und da gab es einen längeren Thread von Advanced Football, weil der VfB jetzt auch scheinbar einen ähnlichen Weg eingehen will, wie Athletic Bilbao. Bei denen kennt man es ja, dass sie quasi nur aus ihren eigenen Reihen Leute holen, aus den eigenen örtlichen Bereich holen und so. Nur Basken holen die Geschichten. Das ist ja ziemlich krass bei denen. Und da wollen wir wohl auch hin zu einem riesigen Netzwerk, zu den Vereinen in der Region. So und dafür wollen wir jetzt auch mehr Geld ausgeben vom VfB aus. Hier der Krücken, also der Leiter vom Leistungsnachwuchszentrum, hat auch gesagt, wir möchten als größter Verein in Baden-Württemberg auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und ein Weg ist es, unsere Strahlkraft zu nutzen, um die Trainerqualifikation an der Basis zu verbessern. So ein paar Geschichten, die da passieren. Mal gucken, wie das so in der Zukunft dann aussieht. Bleiben wir thematisch bei dem Nachwuchs und hier dem Nachwuchstransfer einem. Ich habe wieder versucht, hier so ein bisschen in die Chronologie zu bringen. Wir haben natürlich wieder alles oder einiges angesammelt, aber so ein bisschen das thematisch anzupassen. Nachwuchstransfer, ist das nicht Spektakuläres so, aber von unserem Nachwuchs in die U21 kommt der 18-jährige Rechtsverteidiger Max Feugt von RB Leipzig. Und da war ich so auch ganz witzig und ganz nett in den Kommentaren hier auf Twitter zum Beispiel. Wirklich jeder aufs Neue schreibt, ah, willkommen das erste Mal in dem richtigen Fußballverein und sowas. Einfach schön. Rechtsverteidiger, Talent, gehe ich mir davon aus, dann von Leipzig. Klingt auch nicht ganz verkehrt. Der kommt in unsere U21. Dann zwei Dinger, die ich mal kein Thema Gerüchte genannt habe. Nehme ich nochmal eins. Matthias Braunöder ist kein Thema in Stuttgart, hat mein VfB berichtet. Das war der Mittelfeldspieler da aus Österreich, das Talent. Und wer auch kein Thema in Stuttgart sein soll, ist Timo Baumgartel. Das wird ja wirklich alles einen Tacken länger her, aber ich räume hier alles ab. Derrick Köhn, auch einen, den wir schon mal ein paar Mal angesprochen hatten in VfB-News. Ist auch vor allem der, laut der Bild hier in Anführungszeichen, beste Linksverteidiger Liga. Da sind wir weiterhin interessiert. Also genauso auch Gladbach und Mainz, aber da sind wir weiterhin interessiert. Denen wird es wohl ziemlich sicher die Bundesliga ziehen. Von Hannover, 24 Jahre alt, 31 Spiele gemacht. Fünf Tore, fünf Vorlagen, auch sehr ordentlich für den Linksverteidiger. Und da mal gucken, wo es den im Sommer genau hinzieht. Moritz Bronikwarteng, der nächste, auch wieder quasi ein Bildgerücht. Oder gut, werden auch andere berichtet haben, aber ich habe es hier als Bildgerücht mit drin. Der beste Magdeburg-Knipser, wieder zweite Liga. Und ja, ist ein interessanter Mann. Hier geht es vor allem darum, dass Bochum ihn haben will. Aber sie schreiben hier auch am Ende mit dabei, dass wir scheinbar auch neben Bochum die besten Karten haben sollen. Und natürlich auch hier bei beiden wieder Liga-Rettung vorausgesetzt. Also wenn wir absteigen, Bochum ja dasselbe, sind die Leute wahrscheinlich wieder weniger interessiert daran, zu uns zu wechseln. Aber da sind wir auch mit drauf. Auch im Zettel auch noch Gladbach, Basel und Zürich. Der hat jetzt hier in der zweiten Liga 29 Spiele gemacht. Zehn Tore, drei Vorlagen. Das lässt sich echt, echt sehen. Und dann Eduvie Icoba. Das ist wahrscheinlich mit das, in Anführungszeichen, unseriöses Tech-Gerücht, sag ich mal. Es ist so ein kleines Twitter-Gerücht, was hier kam auf Englisch und eben auch irgendwie rund um den Verein, wo er herkommt. Und da scheinbar Celtic, Glasgow und wem wir, der VfB Stuttgart, an dem 25-Jährigen interessiert sein sollen. Der spielt aktuell, das ist glaube ich dann Bulgarien, ne Ungarn, Ungarn in der ersten Liga. Hat da in 27 Spielen elf Hütten gemacht und eine Vorlage. 1,93 groß, 25 Jahre alt. Ja, ne? Mal gucken, ob da was passiert. 500.000er Marktwert. Das ist die Kategorie von kennt keine Sau. So, außer man ist da ganz, ganz krass tief drin, aber Kategorie kennt keine Sau. Und dann die Kategorie von könnten interessant sein. Auch Dinger, die wirklich absolut noch weit weg sind. Ob sowas passiert, ist die andere Frage. Aber es geht hier so ein bisschen um, ja, Leute, die, hier zwei Leute, die auf Twitter ein bisschen interessant gehandelt wurden. Ohne, dass es irgendwie in irgendeiner Form ein Gerücht ist, aber eben interessant sein könnte für den Sommer. Nämlich, dass wohl Krillic im Sommer wechseln könnte von Ajax Amsterdam wieder. Und da eben, ne, Connection davor bei Hoffenheim, bei Hoeneß und so. Also, Endo, Karasor, wie sieht es da im Sommer aus, ne? Karasor, Interesse hier von Galatasaray. Endos Vertrag läuft auch dann 24 aus. Dass das vielleicht interessant sein könnte. Und auch hier, dass Stiller von Hoffenheim im Sommer offen wäre für einen Wechsel. Und da eben auch scheinbar Hoeneß war sein Förderer bei Bayern 2, von dem er wohl scheinbar auch noch Hoffenheim kam. Deswegen auch da könnten wir vielleicht im Sommer im Gespräch sein um die beiden. Wobei ich bei beiden sage, dass es vielleicht, natürlich je nachdem, in welcher Liga sie immer sind, aber selbst auch in der Bundesliga, vielleicht auch ein, zwei Vereine mehr dran sind, die auch ein bisschen höhere Ansprüche haben als wir. Deswegen mal gucken, wie es da aussieht. Mola Rückkehr. Einer, der uns gehört, aber ich denke mal auch im Sommer weg sein wird. Aber auch hier interessant, es ist auch schon länger her, 6. Mai, dass Clinton Mola schon zurück ist in Stuttgart und seine Laie zu den Blackburn Rovers auch damit schon beendet ist. Ja, hat auch nicht so ganz funktioniert das Ding scheinbar. Kasta Naras Verletzung, auch sehr schade. Kam am 9. Mai raus, dass der 20-jährige Stürmer sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat und sich auch schon operiert wurde. Das ist echt unglücklich. Und das hatte ich so gar nicht richtig auf dem Zettel, aber hier hat einer das auch mal darunter geschrieben unter eben diesen VfB-Post zur Verletzung. Was wir für ein Pech haben mit Verletzungen bei vielversprechenden Talenten. Und er nennt hier Kasta Naras, Eckloff auch 100%. Mola auch ewig raus gewesen. Mio, Ulrich, Jordan Meyer, Sankoja sowieso auch. Noch ein Paula dabei. Unten weiter nennt noch jemanden Kevin Grimm, Leo Münst, Jakob Suver. Das ist schon ziemlich krass. Also da haben wir auch wirklich ziemliches Pech bei, was das angeht. Muss man einfach so sagen. Seru Gerasi, da ganz am Anfang ein Post hier auf Twitter von Ricky Palm. Einmal, wo es interessant war, weil auch viele das gesagt haben, auch immer wieder sagen, dass quasi Materazio und so weiter Missland überzeugen mussten, dass man Gerasi holt. Und also laut Ricky Palm, dem ich auch einiges glaube, der auch seine Connections hat, der auch schon mit den ganzen Leuten spricht und gesprochen hat, Missland hat Werde, dies, das und so weiter, hat wirklich die Kontakte. Also mal gucken, wie es auch da aussieht. Wenn die hoffentlich, oder so wie es aussieht, irgendwann in Richtung Sommer wieder zurückkommen im STR-Podcast, könnte es wieder sehr interessant werden, was die so zu sagen haben oder gerade er. Und er meint eben, dass er, soweit er weiß, wollte Missland hat Gerasi als Soforthilfe haben und Knonto, der da bei irgendwo in der Schweiz war, jetzt bei Leeds zockt, glaube ich, bei Leeds müsste sein, als Potenzialspieler. Er stand scheinbar schon lange in Kontakt wegen Gerasi-Transfer. Also der widerlegt das quasi, dass das quasi irgendwie ein Transfer wäre, der über Misslandskopf quasi entschieden wurde, sondern er sagte, er wollte ihn schon haben, weil die Geschichten um Knonto kamen ja auch schon öfter raus, von wegen er hätte lieber Knonto gehabt, aber scheinbar ist es laut Ricky Palm, beides, quasi Gerasi-Soforthilfe. Aber Knonto wollte er auch haben als Potenzialspieler. Das mal. Und hier, da kommt auch unser alter Name zurück, auch wenn er uns weiterhin nichts sagt, aber der gute Eduwe Icoba ist zurück. Sport.de schreibt, hat der VfB einen Gerasi-Nachfolger gefunden, bringt eben das Gerücht mit dem 25-jährigen US-Amerikaner. So, und eben, ja, es bleibt scheinbar, es bleibt leider echt zu hängen. Also ich war echt in dem Glauben oder in der Hoffnung, wie auch immer, wenn wir Liga halten, zahlen wir 9 Millionen und gehen mit Gerasi als Stürmer nächstes Jahr in die neue Bundesliga-Saison. Aber so oft, wie jetzt hier mittlerweile berichtet wird, von wegen er wüsste, er hätte viele Optionen und quasi der Verbleib in Stuttgart ist nur eine Option davon. Huh. Ich meine, klar, im Abstiegsfall können wir eh das Thema abhaken, dann zahlen wir die 9 Millionen nicht. Oder können sie nicht zahlen. Oder vielleicht zahlen wir sie auch und dann verkauft man direkt weiter, aber der spielt bei uns nicht Zweitliga-Fußball, das will ich damit sagen. Aber auch so, dass wir drinnenbleiben, keine Ahnung, scheinbar auch die Option, dass er zu Rennens rückkehrt, andere Ligen, andere Clubs, whatever, scheinbar doch gar nicht so safe, das Ding von wegen, boah, geil, jetzt haben wir einen und die 9 Minuten können wir hoffentlich im Sommer zahlen, wenn wir drinnenbleiben und dann haben wir einen Stürmer. Hoffentlich kommt es doch so, aber viele berichten schon durchaus, dass vielleicht doch im Sommer, egal wie, Ende sein könnte mit Gerasi bei uns. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wo wir beim Thema sehr, sehr schade sind, so die erste schöne wörtliche Überleitung hier auch. Hiroki Ito, weil ich glaube auch wirklich, wir haben ja, wenn da alles in Bereichen ist, die gehen könnten, natürlich logischerweise im Afropanos, du hast ein Soße an Gerüchten, jetzt auch in Gerasi, andere kleinere Gerüchte vielleicht auch und eben vor allem Ito. Und das auch, glaube ich, unabhängig davon, ob du drinbleibst oder nicht, die werden immer in Gerüchten sein. Und ich glaube halt wirklich, jetzt gerade auch im Vergleich zur Abwehr hinten, wenn du irgendwie auf Zagadou, ja, im Afropanos, Anto und so weiter guckst, Sosa guckst, die ganzen Gerüchte guckst und dann noch Ito. Ich glaube halt echt, dass Ito mit der, mit der schlimmste, das schlimmste Abgang wäre. Glaube ich auch noch der jüngste da hinten drin, bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Zagadou ist vielleicht sogar noch jünger, aber hat noch richtig Potenzial in sich. Irgendwie auch von der, ich mag einfach Ito, wahrscheinlich auch deswegen einfach, ich mag einfach Ito, hat auch ein bockstarkes Spiel gemacht gegen, ähm, gegen Leverkusen. Da war Zagadou auch sehr stark, muss man auch dazu sagen, aber da ist ja noch kein Gerücht. Ähm, und Ito hier scheinbar in den Gerüchten bei Neapel, ähm, beim italienischen Meister also damit. Ähm, die haben hier generell, glaube ich, drei japanische, äh, Transferziele genannt, hier in dem, in dem Gazetta-Artikel. Ähm, auch da scheinbar die Frage groß, ob die irgendwie, ja, seriös sind, Gazetta, aber das habe ich jetzt selber keine Ahnung von. Ito wäre, boah, Ito würde mir sehr wehtun. Ito-Abgang würde mir sehr, sehr wehtun. Ganz ehrlich, sag mir, sag mir so, sag mal vor Panos und Ito, die drei dicken Gerüchte, dann will ich am liebsten Ito halten. So aus dem Bauchgefühl. Dann will ich am liebsten tatsächlich, äh, Hiroki Ito halten. Und habe es schon angesprochen, machen wir auch weiter. Ähm, der einzige aus der Runde, der hier kein Gerücht abbekommen wird, ist Sosa. Bin ich auch mal gespannt, wie es da im Sommer aussieht. Von den, von Klubs, die Interesse haben an ihm. Bin mal sehr gespannt. Ähm, nämlich Mavropanos natürlich. Mavropanos, ähm, auch bei ihm gibt es Gerüchte um Neapel, ähm, nachdem die wohl Kim Min-Chao, Kim Min-Chao, Chai, keine Ahnung, ähm, zu, äh, ja, wie heißt's, ähm, Manu, glaube ich, ist es, vor allem in der Pole Position, äh, verlieren werden. Müssen sie dann gucken. Äh, und neben Neapel, Frankfurt, Wolverhampton, Wanderers und Fulham auch Interesse. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Klub das war. War es vielleicht Nottingham oder sowas? Es war ja scheinbar laut ein Kicker im Winter auch schon ein Verein für 22 Millionen oder sowas dran an Mavropanos. Auch schon an Ito war, glaube ich, Wolfsburg dran dann, ne, im Winter. Äh, und die Sosa-Leverkusen-Geschichte, da war ja einiges, äh, einige dran, die wir zum Glück verhindert haben. Ähm, ist jetzt hier gar nicht mehr drin, äh, Nottingham, Nottingham Forest, wenn, wenn es die Nottingham Forest, warte mal, ne, Nottingham, einfach nur Nottingham, ähm, wenn die mit drin waren. Aber ja, Mavropanos, jetzt auch hier aktuell, das ist ziemlich aktuell, äh, ist hier, ich will international spielen, das Bild-Interview, natürlich auch eine schöne Aussage rausgenommen, also, so spektakulär ist jetzt das Interview auch nicht gewesen. Und auch nichts Neues, als der Mann europäisch spielen will. Ähm, ja, also ich glaube, Mavropanos, dass der bleibt, ich sage mal, von dem Gedanken können wir uns, glaube ich, schon doch ziemlich klar verabschieden. Dann natürlich, wie immer, die große Frage, bitte einfach genug Kohle. Dann soll er von mir aus nach England gehen, auch irgendwo hingehen, wo ich nicht gegen ihn spielen muss, ist auch immer so kacke bei so einem Transfers, so Kalaitic-mäßig, war gut, ab nach England, da spiel ich gegen den, Mangala, ist auch, ähm, da ist dann eben die Frage, von welchem Klub kriegst du die angemessene Kohle? Ähm, ja, hier 30-Millionen-Summe, wenn wir drinbleiben, aber wahrscheinlich wird, also die Verankerte scheinbar, ähm, die wird aber vielleicht dann auch keiner zahlen, wenn sie verankert ist, wenn man sie nicht ziehen muss und billiger bekommt, ähm, ja, mal gucken, wo es ihnen hinzieht. Ich hoffe wirklich, dass sie genug Kohle bekommen, bin aber durchaus positiv, weil wenn du im Winter alleine schon aus England irgendwo 20, 22 Millionen bekommst im Winter, ist, glaube ich, die Chance schon hoch, dass du wenigstens eine angemessene Summe auch im Sommer bekommst. Jetzt sind wir bei der, äh, Torwart-Position, ähm, und da hat die Bild auch berichtet, dass wir uns wohl auf Torwart-Suche begeben werden. Im Sommer, weil Bredlo und Müller abgegeben werden sollen und da muss man auch wirklich nicht trost drum herumreden. Ich bin auch immer der Erste dabei, der Keeper in irgendeiner Form, äh, ja, vielleicht schön redet oder, ja, verteidigt, verteidigt ist das richtige Wort, äh, bei Müller auch lange. Müller hat auch immer wieder seine Patzer drin gehabt, dann eben, glaube ich, diese eine Markendam-Geschichte und seitdem ist dann Bredlo im Tor, der es auch echt lange gut gemacht hat, jetzt aber auch wirklich in den letzten Spielen immer wieder Probleme drin hatte, auch durchaus bei paar Gegentoren einfach auch schuldig war dann. Müller 25, Bredlo 28, beide jeweils 1,5 Millionen Marktwert. Ja, das ist, das ist halt nicht die, ja, vielleicht wirklich echt nicht das Bundesliga-Niveau einfach, ne, deswegen wirst du da im Sommer gucken scheinbar. Ähm, und, äh, interessant hier, scheinbar soll dann sehr sicher Dennis Simon nach oben gezogen werden, war es erstmal auch im Profi, äh, im Profikader, ja gut, Profikader nicht, aber im, äh, im Spieltagskader und auch auf der Bank, weil Müller ja mit einer Grippe ausgefallen war gegen Leverkusen. Das Riesentalent bei uns, äh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie alt der ist, 17, 18, ich glaube 17 ist er noch, ähm, Riesentorfer-Talent, spielt auch schon in der U21, glaube ich, jetzt ziemlich regelmäßig auch oft zu Null, ähm, was natürlich auch mit der Abwehr zusammenhängt, ne, ist auch ganz klar, aber Riesentalent. Und mal gucken, was dann im Sommer passiert, natürlich auch je nach Liga, Liga, äh, Zugehörigkeit, weil da muss man ja auch sagen, wenn du absteigst, bist du halt, glaube ich, in der zweiten Liga trotzdem noch mitten im Bredlo oder so gut aufgestellt, ne, also ehrlich muss man auch sein, auch für die Bundesliga sollte, glaube ich, schon was passieren im Sommer. Und dann kann gut sein, dass du dann da irgendjemanden holst, ähm, wie es ist ja auch generell, hier, äh, Werle im Doppelpass zum Beispiel, wie es ja generell hieß, du holst jetzt vielleicht im Sommer ein paar Leute, die eben jetzt sofort Leistung abliefern, ein, zwei Jahre, aber eben nicht, vielleicht nicht mehr diese, das Riesenpotenzial haben oder whatever, damit du eben deinem Hintergrund sagen kannst, gut, der Mann zockt jetzt ein, zwei Jahre auf deiner Position, aber in ein, zwei Jahren, wenn du dich gut entwickelst, ihr, du quasi als Riesentalent aus der U17 beispielsweise, dann hast du in zwei Jahren hier die Chance, dir da deinen Standplatz zu erspielen und das könnte im Tor vor allem auch sehr interessant werden, weil in Simon setzt man ja scheinbar sehr, sehr viel Hoffnung, ähm, scheint ja auch ein Riesentalent zu sein und dann kann es gut sein, dass du in den nächsten Jahren, ich schmeiße mal nur einen Namen rein, weil es irgendwie auch passen würde mit Köln oder sowas, dass du jetzt einen Horn holst zum Beispiel, der ist ja jetzt auch jetzt, äh, im Sommer dann ablösefrei, holst du einen Horn, machst dann zwei Jahre zum Keeper oder ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre zum Keeper und dann irgendwann mit 18, 18,5, 19, kommt dann Simon und Spielberg und Stamm. Das ist vielleicht so eine Idee, die sie haben, jetzt muss gar nicht Horn sein, kannst du auch irgendwen anders suchen, Fynn Dahmen ist ja, glaube ich, auch frei im Sommer dann oder kann wechseln von Mainz. Irgendwas wird da, glaube ich, in die Art passieren. Ich glaube nicht, dass du da jetzt einen jungen Entwicklungs-, oder gut, entwicklungsfähig sind sie immer, aber kein junges Riesen dann im Tor holen wirst, glaube ich, sondern eher guckst, dass du vielleicht Simon wirklich einfach hinter dem jetzt aktuell dann erfahrenen Rennen und einfach abliefernden Torwart aufbaust, dann irgendwann eben diese Torhüterpositionen dann vielleicht sogar gibst. Mal gucken, wäre ja geil. Wir hatten ja schon ein paar Riesentorhüter bei uns aus der Jugend mit Leno, Hildebrandt früher, Flachodimus ja auch, der auch eine tolle Karriere hingelegt hat mit Champions League Fußball immer wieder. Deswegen, mal gucken, könnte ja klappen. Wobei hier muss man auch sagen, Simon, dann klar, bei uns in der eigenen Jugend war dann sehr lange, aber der Kollege ist ja, glaube ich, vom anderen Verein gekommen, also dass jetzt kein hier quasi VfBler durch und durch der Seite, keine Ahnung, Seite U9 da ist. Der kam, glaube ich, aus Österreich irgendwo, wenn es der war. Genau, Nikolas Nathai ist der Nächste. Da geht es dann um Abgang natürlich. FC Kopenhagen hat ein Auge geworfen auf Nathai. Muss man ja auch sagen, bei ihm hat er jetzt eine Phase gehabt, wo er unter Labbadia ein bisschen gespielt hat. Hat natürlich auch Linksverteidiger, was man auch nicht so ganz gefühlt hat. Im Mittelfeld auch nicht so viele Partien bekommen. Das war eigentlich das perfekte Beispiel, das Spiel bei der Hertha, wo ich ihn auch im Startelf-Tipp gehabt hätte, weil, ey, jetzt fällt mein Karas so aus. Du brauchst doch so jemanden im Mittelfeld, der auch ein bisschen mehr Abräumerqualitäten hat. Und dann bringst du da halt einen Haraguchi, der auch ein Kackspiel gemacht hat dort und ich glaube, irgendwie auch direkt nach der Zeit ausgewechselt wurde. Wenn du selbst vor solchen Leuten nicht stehst, schwierig. Auch bei ihm immer wieder Verletzungen. Es gehört auch zur Wahrheit, aber schwierig. Also so richtig die Zukunft für mehr als Kaderspieler ist bei Nathai halt irgendwie wohl echt nicht da und Kopenhagen, Dänemark könnte ja irgendwie passen. Kommen wir zu ein bisschen Vereinsgeschichten. Egedrans wird Teampartner des VfB. Die erweitern ihre Partnerschaft mit dem VfB und erhöhen damit die Sichtbarkeit signifikant. Ich habe jetzt auch nicht nähere Ahnung, wer das jetzt genau ist und sowas. Also Hospitality-Partner waren sie. Oder sind sie seit zwei Jahren, sind sie ein bisschen tiefer drin im Club verankert. Soll nur quasi der Einstieg sein zur Sponsorensuche. Da hat man jetzt auch die Geschichte von Werle von schon drei, vier Wochen oder sowas mittlerweile, wo gesagt, in ein, zwei Wochen können wir was veröffentlichen zu der Sponsorensuche. Ein Name auf der Sponsor kommt und so die paar Prozente, die wir noch veräußern können. Und hier und da, das wird wohl, auch laut der STN, wenn ich es richtig im Kopf habe, wohl nicht wirklich noch passieren, irgendwie Richtung Saisonende jetzt. Was allerdings passiert, eben deswegen auch die Einheit mit Egedrans, dass man die jetzt schon, die Sponsoren, die wir jetzt hatten, noch näher binden will oder eben guckt, wie es mit denen passiert. Wir haben ja auch die Geschichte mit Mercedes und was passiert da. Und auch die Gerüchte darum, dass eben wegen Mercedes vielleicht ein neuer Trikotsponsor, der neue Sponsor dann sein wird, sein könnte, sein müsste. Wenn man so, wenn man so denkt, das heißt, da werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen auch eine dumme Ankündigung von Werle gewesen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wo ich es auch nicht so krass schlimm finde so, aber natürlich, ja, du musst halt sowas nicht sagen dann. Sag halt sowas nicht, wenn du dich liefern kannst, also irgendwie auch wieder Quatsch. Aber das wird wohl nicht kommen vor Saisonende, so eine große neue Sponsorenankündigung und eben eher gucken, dass man die, die man schon hat, ein bisschen näher vielleicht mit reinbezieht und eben Verträge, Verlänger, Verträge anpasst, wie auch immer. So sieht es scheinbar bei der Sponsorensuche beim VfB aktuell aus. 80.000 Mitglieder, vom 12.05. ist das hier nur ein Sextet, also sechs Mannschaften haben mehr Mitglieder als der VfB dann wohl scheinbar in der Bundesliga, wenn das der Kicker so meint, wie er es hier schreibt. Erst im Juni hatten wir 75.000, das ist auch krass, hatte ich so gar nicht im Kopf, rund drei Jahre, nachdem man die Schallmauer von 70.000 durchbrochen hatte. Das heißt, wir haben drei Jahre lang gebraucht, von 70.000 auf 75.000 zu kommen und haben es dann geschafft, quasi in einem halben Jahr, in einem Jahr, sag ich mal, von 75.000 auf 80.000 zu kommen. Das ist schon krass. Da ist natürlich auch die Frage, aber auch manche gestellt, ist natürlich eine witzige Frage so, wie viele Frankfurter sind da davon, weil die haben sich ja auch viele als Mitglieder einschreiben lassen für den Verkauf dann, aber das werden nicht so viele sein, als hätten wir, wenn die auslaufen irgendwann, die Mitgliedschaften, auf einmal nur noch 70.000, also so viele waren das nicht, deswegen die 80.000 wird schon stehen oder wäre dann eh irgendwann gefallen, schön, dass sie gefallen ist, 80.000 Mitglieder, sehr, sehr ordentliches Ding und dann mal gucken, wie es so weitergeht. Aber da muss man ja auch irgendwie sagen, dass diese hier jetzt VfB-Zeit und sowas, wenn man hier innerhalb von einem Jahr 5.000 macht und davor innerhalb von drei Jahren 5.000 Mitglieder dazu gewonnen hat, ist entweder generell einfach das Interesse, entweder da oder mehr da am Verein, da Mitglied zu werden oder wie auch immer oder mehr Leute dachten mittlerweile auch wegen Tickets, ey, ich muss langsam Mitglied werden, keinen Bock mehr auf freie Verkäufe, die oft auch gar nicht kommen, kann auch immer ein Grund sein, das ist, glaube ich, auch bei mir, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit der größte Grund, dass ich Mitglied bin, Vorverkäufe, Ticketverkäufe, so diese Mitgliedervorverkäufe ist einfach krass, krass wichtig, um immer wieder an Karten zu kommen auch, aber muss man auch sagen, die Mitgliederkampagne scheint dann wohl echt nicht schlecht zu funktionieren, wenn man eben hier statt drei Jahre nur ein Jahr braucht, um dieselbe Menge an Mitglieder dazu zu gewinnen. Nein, was haben wir jetzt hier noch? Labbadia-Entlassung. Labbadia-Entlassung, auch da ganz kurz, wurde ja auch kurz eine Diskussion im Doppelpass aufgemacht von Verwerle und hat nichts gekostet, die Entlassung hier und da und der eine, Freie Journalist, hat ein bisschen Kontra gemacht von wegen, ja, doch, teurer Vertrag, dies, das. Scheinbar hätte Labbadia ein Jahresgehalt von 2,2 Millionen Euro erhalten und ja, es soll wohl echt so gewesen sein, dass sie eben sowieso im Vertrag schon so hingeschrieben haben, wenn es früher endet und so Geschichten, dann passiert quasi erstmal wenig. Also wir haben jetzt irgendwie nicht krasse Prämien gezahlt oder was weiß ich auch immer für Entlassungen und sowas. Also das scheint wohl zu stimmen. Was aber halt auch zu stimmen scheint, ist, dass er eine Erfolgsprämie bekommt. Sollten wir drinbleiben, eine Klassenhaltserfolgsprämie bekommt zwischen 750.000 und 800.000 Euro. Trainerteam natürlich auch dazu auch noch ein bisschen was gekostet. Also einer auf irgendeiner Seite stimmt das wohl, von wegen, die Entlassung hat uns quasi nichts gekostet. Auf der anderen Seite natürlich kostet sie irgendwas und auch wenn wir drinbleiben, kostet sie was. Und auch der Vertrag von Labbadia war recht gut für ihn, glaube ich, vom Geld her. Wenn man das sagen muss, ist mir vorhin jetzt aufgefallen, dass ich hier quasi die ganzen Tabs mir reingebaut habe. Ein bisschen durchgestreut mir durch die Antworten bei dem Tweet. Und das wohl, hier hat Ricky Palm geschrieben, dass es auch da wieder viele Versionen gibt. Aber dass wohl Matarazzos Gehalt auch nicht wirklich günstiger gewesen sein soll. Also auch generell vergeben wir wohl ziemlich gute Trainergehälter nach all dem, was man da so liest. Und zum Schluss hier noch von den VfB-News, Chef-Scout aus Paderborn. Noch ein Gerücht soll aber wohl passieren, so wie es die ganzen Gerüchte hier hergeben. Es scheint ja schon ziemlich klar zu sein. Wir stehen vor der Verpflichtung von Paderborns Chef-Scout Thomas Henning. Wohlgemut schätzt ihn sehr. Passt ja auch die Connection. Stärke, datenbasiertes Scouting. Er wird beim VfB aber nicht Chef-Scout. Die gehen noch nicht komplett durch, aber wird sehr sicher durchgehen. Und wir müssen keine Ablöse zahlen für ihn. Da hat es auch einer geschrieben oder ein bisschen auf die Art geschrieben. Finde ich auch nett, dass wir jetzt einen datenbasierten Chef-Scout holen. Und ja, wann muss da er gehen? November, glaube ich, war es. Hatten wir noch, ich sag mal, natürlich auch das debattierbar, aber einen der besten, was das angeht in Sachen datenbasierte Scouting. Natürlich nicht als Chef-Scout, sondern eben als Sportdirektor mit Sven Mislint hat. So, hast eine Riesenkompetenz im November, was das angeht, verloren und musst jetzt noch hinterherholen. Immerhin kostet er nichts. Passt zu, wird wahrscheinlich mehr oder minder auch ein Wohlgemut-Ding gewesen sein, oder mit ihm gewesen sein, weil, wie gesagt, Paderborn und Paderborn. Aber schon witzig, dass wir jetzt einen Scout holen mit der Stärke datenbasierte Scouting da noch quasi mit einem der größten Experten verloren hat oder verloren haben wollte, wie auch immer das da lief, im November. Und dann kommen wir zum kurz und knackigen Vorbericht, weil viele von diesen News hätte ich ja quasi in den Vorbericht mit eingebaut noch. Deswegen jetzt hier quasi nur die rein wirklich Mainz-VfB-Sachen hier. Fangen wir auch an mit Mainz 05. Haben jetzt noch uns zu Hause und dann nach Dortmund auswärts. Leichte, leichte Resthoffnungen auf Europa, aber wenn wir ehrlich sind, sind die doch schon ziemlich unrealistisch. Hatten echt eine ordentliche Phase, ne? Auch lange, lange ohne Niederlage, da sehe ich hier Sieg, zwei Unschieden Sieg, zwei Unschieden Sieg und da hat es halt auf. Das ist irgendwie echt dieser Fluch, wenn man gegen die Bayern was mitnimmt, der teilweise echt passiert, auch bei Mainz ja der Fall. Die Bayern geschlagen zu Hause, auch verdient geschlagen, stark geschlagen zu Hause mit 3 zu 1, aber danach eben die Woche drauf 3-0 verloren in Wolfsburg, 2 zu 3 dramatisch verloren gegen Schalke und 3-0 verloren in Frankfurt. Also durchaus aktuell in einer Formkrise. Bei denen geht es halt so gesehen auch quasi um nichts, weil wie gesagt, leichte, minimale Resthoffnungen auf europäische Plätze, aber da musst du den Rest irgendwie mal ein Spiel mehr gewinnen und die haben eh keine Chancen mehr. Also das sieht man nicht mehr, glaube ich, auch als Mainzer nicht mehr. Aber trotzdem eine sehr gute Saison von Mainz 05. Auch da wie immer sehr, sehr gerne den Pocantstadt abchecken. Der kam diesmal auch schon am Mittwochabend raus mit meinen Einspielern zu so Daten, Statistiken, die Stars natürlich zum Niederkursenspiel, aber hier eben auch zu Mainz 05 und da auch rausgefunden, dass die, wenn sie jetzt gewinnen mit 48 Punkten, quasi ihre beste Saison seit sieben Jahren spielen würden. und interessant, Tore, dass denen scheinbar nur noch ein Tor fehlt, damit sie auch das, auch da gleich enden würden. Also da haben wir noch das Dortmund-Spiel. Also wenn sie ein Tor machen, ist es gleich. Wenn sie zwei Tore machen, haben sie den Rekord für die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison in der Vereinshistorie von Mainz 05. Also da muss ich echt sagen, ordentliche Saison, was das angeht, was die Kollegen hier spielen. Aber natürlich, wie gesagt, in einem kleinen Formtief. In einem kleinen Formtief. Im Kader, einige gute Jungs dabei. Im Sommer werden da auch ein, zwei vielleicht gehen. Ich glaube hier der Aaron Martin ist schon sicher weg im Sommer, der erst gegen Schalke so eine geile Hütte gemacht hat. Finn Dahm, wie gesagt, auch vorhin schon angesprochen, ist ein Kandidat, der gehen will, soll, wie auch immer im Sommer. Natürlich vorne drin dann einen, den wir auch kennen, weil wir auch bei uns in Gerüchten, das war der Kollege, der von dem einen Sport1-Reporter im Sommer schon quasi fix erklärt wurde, dass er zu uns wechselt als Kalajic-Ersatz. Der hat wahrscheinlich damals einfach den falschen französischen Spieler aus der Liga, französischen Stürmer aus der Liga gesteckt bekommen, weil wurde ja Gerasi, aber natürlich Ludovic Ajorg. Er wird auch einiges an Geld ausgegeben für den, also für Mainzer-Verhältnisse auch. Also da merkst du auch, dass da ein bisschen Anspruch da ist mittlerweile, ein bisschen Erwartungshaltung und Hoffnung auf einfach Höheres. Und der natürlich auch absolut geil abliefert bisher. Also wirklich gute Jungs dabei. Die 0-5er, wie gesagt, Tabelle 45 Punkte, Platz 7 Leverkusen hat 49 Punkte, 6 Wolfsburg auch 49 Punkte, aber nicht wirklich realistisch. Bei uns natürlich alles wichtig. Alles wichtig. Ein Punkt ist es auf 16 Schalke, zwei sind es auf Bochum, drei sind es auf Hoffenheim und so nach unten gesehen sind es vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC. Natürlich auch da sehr, sehr gerne den Talk abchecken mit dem guten Chris von In Real Life Chris oder ERL Chris, wie auch immer, der auch im Stadion sein wird am Sonntag für das Spiel, weil er ist ja Mainz-Fan, natürlich Heimspieler im Stadion. Von mir wisst ihr, habe ich auch klar im Video gesagt, wisst ihr vielleicht auch sowieso, ich sage es trotzdem nochmal, für mir wird es am Sonntag zum Spiel nichts geben, außer vielleicht ein paar Insta-Stories oder irgendwas in der Form, weil ich auf Konfirmation bin von meiner Schwester und ja, das heißt, da wird es weder, natürlich logischerweise kein Stadion-Flock geben, aber auch keine Match-Reaction, nichts. Ich hoffe, dass da irgendwie das, das Handy läuft da irgendwann mittags, wenn dann eh so langsam, glaube ich, Konfirmation so langsam abflacht oder vor allem gegen Schlussphase, dann so langsam abflacht, fängt ja alles schon morgens an, immer mit Kirche, die ist das, deswegen hoffe ich, dass da der Sound-Stream läuft und dass wir da das Spiel auch gut und erfolgreich gestalten und mal gucken, welche Mannschaft es das tun sollte bei der Aufstellung, wie gesagt, hier fehlt halt die Pressekonferenz, die normale, was der Donnerstag gewesen wäre, aber heute ist ja Feiertag, das heißt, die wird jetzt hier am Freitag kommen, noch nachdem dieses Video online ist. Ein Artikel macht zumindest wieder ein bisschen Hoffnung beim Kicker, dass Mafropanos Fortschritte macht und dass es durchaus vielleicht doch Restchancen gibt, dass der Kollege spielen könnte am Sonntag, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich eben auch deswegen, weil die Pressekonferenz fehlt und noch dazu keine Aussagen gibt, ich nicht mit Mafropanos gerechnet, nicht mit Mafropanos rechne, den nicht einrechne in die Startelf und halt tatsächlich genau gleich reingehen würde wegen Leverkusen. So, es kann natürlich sein, dass es taktisch andere Kniffe gibt, die er zieht, vorne viel austauschbar, wie gesagt, Bredlow, Ito, Zagadu, Anton haben das top gemacht, alle zusammen, wüsste auch gerade gar nicht, wen ich von denen rausrotieren wollte für Mafropanos, bin ich auch ganz ehrlich. Wagnoman, Sosa, Karasso, Endo ist ja auch ganz klar, ganz vorne drin, Gerasi und dahinter immer ein bisschen, immer ein bisschen Rotation möglich, Thomas und Silas wieder, wieder reingeschmissen, weil er eben offensiv auch ein bisschen Dampf geben muss, kann natürlich sein, dass er auch da wieder einfach mal ein Führig spielt von Beginn an, dass er da einfach wieder ein Mio bringt von Beginn an, ist immer unterschiedlich, wie er sich das taktisch denkt in Mainz und dann kommen wir zur Prognose, dreieinhalbtausend VfBler schreibt, das Serviceteam sind dabei, natürlich sind das immer halt die aus dem offiziellen Auswärtsblock, letztes Jahr war ich ja auch in Mainz, das war auch geil, mit diesem, ich glaube, Südamerika-Motto war das, hier, ja, so Papierfetzen geflogen, Luftballons und sowas, das war echt geil, das Spiel hat am Ende ziemlichen, ja gut, ich wollte gerade sagen, ziemliche Nullnummer, war Nullnummer, aber ich glaube, das bestreilt es dann trotzdem auch, ich bleibe bei dem Wort Nullnummer, eine Woche bevor es dann nach Hertha ging in der Schlussphase, hat man ja dann, glaube ich, dann Mainz ein, zwei Spieltage früher, als wir es jetzt haben, aber eben auch mitten in so einer krassen Abstiegskampfphase, war auf jeden Fall eine geile Auswärtsreise, Mainz kommt es ja echt schnell hin, geile Stimmung gewesen, auswärts, und wie gesagt, dreieinhalbtausend sind der offizielle Auswärtsblock, letztes Jahr waren es, glaube ich, viereinhalb bis fünftausend, das werde ich, glaube ich, auch an diesem Sonntag wieder erwarten von den VfB-Fan, wenn sie in einen gehen fahren, neutrale Blöcke, die Stars, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Kulisse in Mainz, kommen wir kurz auf die Statistik, weil das ist mir auch aufgefallen, ich hatte ja, was ich immer weiß, sind quasi, so ein bisschen in mir im Kopf, habe irgendwann, sind diese, die letzten Siege quasi jeweils in der Partie, also hier eben mit Heimrecht für Mainz, Mainz VfB, das war dann 2020 bei uns, ja, während halt, wenn überhaupt, wieder irgendwie 3, 4, 5.000 Zuschauer rein durften in Mainz, eben so ein bisschen Corona war, 1 zu 4, da war auch Mainz in der richtigen Scheißphase, und davor eben, weil jetzt der Auswärtssieg in Mainz 2005, also auch da eine krasse Serie, aber ganz insgesamt, letzten 5 Spiele, seitdem wir aufgestiegen sind, wieder aufgestiegen sind, 2020, haben wir gegen Mainz halt echt nicht verloren, das ist, das ist schon eine mutmachende Statistik, bin ich ganz ehrlich, eine mutmachende Statistik, weil es glaube ich auch dann wahrscheinlich alle 5, ja gut, nicht alle, aber ich glaube 4 von den 5 Spielen auch gegen Bruce Wenzern waren, gegen das Bruce Wenzern Mainz, also durchaus interessant, schauen wir aber genau drauf, wie es dann in Mainz aussah, zuletzt 0-0, wie gesagt, 1 zu 4 gewonnen, davor 1 zu 0 verloren, 2 zu 18, 3 zu 2 verloren, 2 zu 18, also die Statistik generell in Mainz ist jetzt nicht besonders gut, muss man ja so sagen, 8-Siege Mainz, 4-Siege VfB, 5 Unentschieden, aber eben diese Gesamtbilanz in den letzten Spielen, diese 5 Niederlagenlosen Spiele, 2 zu 19, hast du verloren, 2 zu 3, unter Weinziel noch, und dann eben, 2 zu 20, 1 zu 4 gewonnen, dann 2 zu 0 gewonnen zu Hause, 2 zu 1 gewonnen zu Hause, 0 zu 0 in Mainz, 1 zu 1 zu Hause gegen Mainz, ja quasi, ich glaube, das erste Spiel war das, nach der WM, also das ist durchaus ein bisschen Mut machend, was das angeht, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube einfach nicht, dass wir in Mainz verlieren, ich glaube es einfach nicht, die einzige Angst ist bei sowas halt immer, drei Spiele verloren, ein bisschen in der Formkrise, hat ja auch selbst Chris gesagt, aber eben dieser Faktor von letztes Heimspiel in der Saison, danach geht es ja nach Dortmund auswärts, wo vermutlich wenig zu holen ist, auch wenn da viele Mainzer hinfahren, aber vermutlich wenig zu holen ist, und da auch der Fokus auch ganz klar auf dem Meisterschaftsfernduell ist, also da werden nicht so viele drauf gucken, genau wie es jetzt um Mainz steht, sondern wie es um Dortmund steht, deswegen auch da halt letzte Chance, sich nochmal gut zu verkaufen, letztes Spiel gegen Schalke ist 2 zu 3, da ja auch sogar diese Aussagen von Svensson rund um Spiele, rund um Elfmeterverein, nach dem Motto, wenn ich das sehen würde als Klub im Abstiegskampf, wäre ich ziemlich genervt davon, was ja auch krass, wenn man so quasi einfach von sich weg auf die anderen schaut, von wegen wenn der Elfmeter so gepfiffen wird für einen Abstiegskandidaten, oder für Konkurrent im Abstiegskampf, und ich sehe das als Abstiegskampf-Klub hier unten, würde ich mich schon ziemlich aufregen, das heißt, der hat schon durchaus den Blick auch auf den Abstiegskampf, also es ist jetzt die Frage, ob der uns dann dafür irgendwas gönnt, nach dem Motto, ey, Schalke hat auch hier schon eine Scheiße bekommen, jetzt gönnen wir euch auch, natürlich absoluter Quatsch, also werden es ja nicht tun, aber der hat schon auch sein Auge darauf, dass er eben vielleicht in der Form dann da unten nicht den entscheidenden Fehler macht, oder nicht die entscheidende Kraft ist, wo man später sagt, boah, hätte Mainz mal gegen Stuttgart gewonnen, dann wären wir nicht abgestiegen, ich glaube scheinbar, dass irgendwie schon echt im Kopf, was da unten so abgeht, im Tabellenkeller, ähm, ja, Mainz in der Formkrise, und bei uns muss man ja auch sagen, ja, du hättest gegen Leverkusen auch ein bisschen mehr machen können, ich fand es auch da eigentlich von den Kollegen im Pokal, gut erklärt, sobald du ein bisschen mehr Risiko gehst, sobald du ein bisschen mehr Toho-Wa-Boho spielst, die letzten paar Minuten ja zum Beispiel in Leverkusen, rennen die auf einmal an, überlaufen dich, haben ihre Chancen, machen halt nichts, 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 nichts draus, deswegen ist es beim 1-1 geblieben, aber du musstest da einfach auch so ein bisschen ruhig, diszipliniert, nicht zu viel riskieren, damit du eben diesen Punkt in Leverkusen auch erstmal holst, ne, also, ich sehe diesen Punkt immer positiver, äh, als negativer, je länger ich darüber nachdenke, und deswegen, wir sind in einer guten Phase unter Hoeneß, ähm, auch da muss man ja sagen, ja, das Argument ist 100% da, dass wir halt zu dumm sind, so absolute Big Games zu gewinnen, Schalke zu Hause, so früh kann man ja schon anfangen, irgendwie 4. oder 5. Spieltag war das, das 1-1, weil mit das schlechteste Spiel, also ohne Witz, das habe ich immer noch im Kopf, wie enttäuschend das war, zu Hause gegen das Frank-Kramer-Schalke, 1-1 zu spielen, damals noch unter Matarazzo, da natürlich auf Schalke, äh, gut, Bochum zu Hause hast geschlagen, du hast auch zu Hause geschlagen, du hast die Hertha zu Hause geschlagen, also das sind alles auch schon mal Vorboten für nächste Woche, weil Heimsee gegen Hoffenheim habe ich schon wirklich sehr, sehr Hoffnung drauf, weil wenn wir irgendwo diese direkten Duelle gewinnen, dann ist es zu Hause, gegen Hoffenheim ja generell, werden wir nächste Woche drauf gucken, ob es auch genau stimmt, ich habe es gerade nur so vom Gefühl her im Kopf, dass auch Hoffenheim zu Hause bei uns echt letzten Male auch immer sehr, sehr gut lief, für die oft geschlagen haben zu Hause, egal in welcher Situation wir waren, aber wir bleiben mal bei Mainz, so Big, Big, ja, Big-Point-Spiele liefen unter Hoeneß, mit der Ausnahme von Hertha BSC doch auch ordentlich, wie gesagt, habe ich auch gesagt am Montag, nee, am Dienstag war das auf dem Sofa wieder nach dem Leverkusen-Spiel, der Mann kommt, Sieg in Nürnberg im Pokal, dieser brutal wichtige Sieg in Bochum, das war ja auch ein Big-Game, Big-Point-Spiel, wenn du das verlierst, dann hast du das Unschieden gegen Dortmund, genau, also auch da unerwartet Punkte geholt, da kannst du auch Leverkusen mit reinbeziehen, so ganz generell von der Spielansetzung ist es unerwartet, dass wir gegen Leverkusen Punkte holen, dann hatten wir das Unschieden in Augsburg, nimmst du auch erstmal mit, es ist schwer in Augsburg, dann dieser Sieg gegen Gladbach, ist für mich auch, Gladbach ist kein Abschiedskampfkonkurrent, aber es ist ein Spiel, wo du sagst, ey, Gladbach komisch drauf und so, dies, das, die musst du zu Hause schlagen, haben wir getan, natürlich auch wieder das Leben schwerer gemacht, als es sein muss, aber wir haben da gewonnen, Frankfurt im Pokal unglücklich ausgeschieden, aber auch das war eigentlich keine schlechte Leistung, in Berlin halt verloren, das war das schlimmste Spiel unter Hoeneß bisher, auch vom Ergebnis her, wie gesagt, er hätte es auch einen Punkt holen können, aber vom Ergebnis her auf jeden Fall das schlimmste Spiel oder vom Auftritt schon auch und dann Leverkusen einen Punkt geholt, diszipliniert, taktisch geil eingestellt gewesen und nimmst einen Punkt mit gegen Leverkusen und so, deswegen, über die gesamte Saison gesehen, verstehe ich diese Angst vor, ach, Big Games können die doch gar nicht und hier und da und so lief es doch da immer und guck mal, auswärts Schalke, was immer als Beispiel rausgenommen wird, ja, aber mit der Ausnahme von Hertha unter Hoeneß nicht, deswegen bin ich auch ein bisschen so tiefenentspannt, weil unter Hoeneß sind wir eigentlich in einer guten Phase, haben eigentlich ein gutes Momentum, gerade im Abstiegskampf, wahrscheinlich so mit das beste Momentum im Abstiegskampf neben Schalke, weil klar, Bochum jetzt auch gewonnen gegen Augsburg, machen wir eine längere Exkursion, aber dafür ist ja auch ein Podcast da oder Podcast-Format da, klar, haben wir es gewonnen gegen Augsburg, aber da wurden ja auch sechs, sieben Spieler am Stück verloren, also das Momentum ist schon mit das beste, oder zumindest nicht gewonnen, mit das beste im Abstiegskampf da unten, was wir gerade haben, deswegen bin ich durchaus positiv, was ich sagen muss, es ist zu 100% möglich, in Mainz zu gewinnen, hat Schalke gezeigt, weil ja, der Elfmeter kann man diskutieren, aber die haben das Spiel am Ende verdient gewonnen, Schalke hat gekämpft, hat alles gegeben, die haben das Spiel verdient gewonnen, hätten auch schon früher den Sack zumachen können, vor der 115. Minute, keine Ahnung, deswegen, in Mainz ist definitiv ein Sieg drin, muss sagen, mein Bauchgefühl irgendwie sagt mir, dass wir das nicht gewinnen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, logischerweise, aber mein Bauchgefühl sagt mir echt, dass das halt wieder ein Unentschieden wird, was auch reichen könnte, wie gesagt, ich glaube, der Punkt in Mainz, plus der Sieg gegen Hoffenheim, wenn man Tabellenrechner anschmeißt, oder wenn ich ihn zumindest anschmeiße, reicht für den direkten Klassnider, oder mal mindestens für Relegation, natürlich, Sieg wäre geiler, aber ich, keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt, dass es wieder ein Unentschieden wird, Verlieren ist verboten, so oder so, gegen Mainz und Hoffenheim ist Verlieren verboten, deswegen tippe ich hier auf ein 1 zu 1 tatsächlich, ich hoffe auf was Besseres, ist auch definitiv drin, aber irgendwie habe ich, irgendwie sagt man aber auch das Gefühl echt, dass es ein Unentschieden wird, mal gucken, wie der Spieltag auch davor verläuft, kommen wir ja gleich dazu im Tipp-Video-Part von dem Video hier, mit welchem Gefühl, in welcher tabellarischen Situation du nach Mainz fährst, aber ich sage hier tatsächlich ein 1 zu 1. Dann kommen wir zum Tipp-Video, 33. Spieltag, natürlich wie immer, der Blick hier zuerst ein bisschen bilanzmäßig, statistikmäßig, wie läuft es bei den Klubs, bei den Partien, die uns interessieren, nämlich im Abstiegskampf und danach der gesamte Spieltag getippt, im Tabellenrechner und ja, das erste Spiel, was hier chronologisch beim Kicker drinsteht, im Tabellenrechner, ist Hoffenheim gegen Union Berlin und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bevor ich hier irgendwie die Prognosen mir angucke, ich finde es echt krass, auch bei vielen, ich glaube erst jetzt wieder, was war es, Karl Schöberlin, glaube ich, habe ich jetzt wieder geschaut, wo sie ein bisschen was durchgetippt haben, die dann, glaube mal, einer hat Schöckert runtergetippt, auf Platz 17, der andere hat, glaube ich, Buchung runtergetippt, auf Platz 17. Ich finde es faszinierend, wie Hoffenheim so komplett außen vor ist bei manchen in Gedankenspielen, auch bei mir in den Kommentaren ja oft genug, von wegen, ey, wenn Schalke gegen Frankfurt gewinnt, wenn Bochum bei Herder gewinnt, boah, dann war es das, ja, dann wäre natürlich scheiße, aber wir vergessen hier viel zu viele Hoffenheim, Hoffenheim hat ein Programm, die spielen zu Hause gegen Union, kommen wir gleich zu, wie die Statistik aussieht, dann, ich weiß meinen Tipp für den Tabelldechner schon, weil das ist hier Statistik, Bilanz, dies, das, danach kommt mein quasi, mein Tipp, wie ich es tippen würde und danach bei uns, also wir vielleicht tippen da viele halt einfach auf Punkte bei uns vielleicht, das kann ja auch passieren, aber wir werden zu Hause Hoffenheim schlagen müssen, sehr sicher und auch können, deswegen gehe ich da von null Punkten für Hoffenheim aus und Hoffenheim Union, wie gesagt, werde ich nachher tippen, gehe ich auch von null Punkten aus Hoffenheim bleibt bei 32 Punkten, die sind noch komplett, also in meinem Kopf, die sind noch komplett mit dabei, im Rennen um Platz 17, also das hier vorab, weil es mich einfach auch irgendwie ein bisschen faszinierend oder verdutzt macht, wie viele Hoffenheim komplett außen vor haben, also Hoffenheim ist für mich komplett noch im Rennen drin um 16 und 17, Hoffenheim ist für mich im Leben noch nicht sicher durch, wie es irgendwie manche abgestempelt haben oder irgendwie auch manche Hoffenheim-Vergessenheim kann auch sein, weil es halt Hoffenheim, machen wir hier mal die Bilanz durch, so viele Spiele gab es noch gar nicht zwischen Hoffenheim und Union mit Heimrecht für Hoffenheim und da war bisher alles dabei, 2-2 letztes Jahr, 1-3 verloren, 2-20 und 4-0 gewonnen Hoffenheim, ja auch 2-20, aber halt zum früheren Zeitpunkt in dem Jahr, deswegen kannst du da nicht groß viel rauslesen, Hoffenheim, echt komisch, einfach komisch, lange Niederlagenserie gehabt, seit Matarazzo da ist, dann die 3 Siege plus das Bayern-Unschieden, Hertha, Bremen, Schalke gewonnen, Bayern-Unschieden, dann aber wieder Köln-Niederlage, Leipzig-Niederlage, Sieg gegen Frankfurt, Niederlage gegen Wolfsburg, also da weiß halt echt nicht groß, was du damit anfangen sollst, das ist irgendwie so ein Hoch und Runter, Frankfurt damals hat auch noch irgendwie einen komischen, komischen Posten gewesen, komische Situation gewesen, kommen wir ja gleich bei Schalke in Frankfurt auch dazu, wo ich mir da ein bisschen mehr Hoffnung mache bei Frankfurt mittlerweile wieder, wo sie den Heimsieg eingefahren haben, Union, auch gerade nicht so dabei, also Platz 4 aktuell, ist krank, also die werden, schon gute Chancen auf Champions League, aber die hätten jetzt ja auch Frankfurt Sieg, Stuttgart Sieg, Niederlage Frankfurt, Niederlage Dortmund, Unschieden-Bochum, Sieg Gladbach, Unschied Leverkusen, Niederlage Augsburg, Sieg Freiburg, also ja, vier Siege, vier Niederlagen, zwei Unschiede, also nicht so solide, aber wie gesagt, die können da, ich glaube auch rechnerisch oder quasi rechnerisch dann, die Champions League klar machen in Hoffenheim, deswegen, also für mich spricht da schon, schon einiges für Union Berlin, natürlich auch der Tabellenstand, wir sprechen jetzt von Platz 14 gegen Platz 4, die Bilanz hier muss man ja auch ganz fairerweise sagen, in Hoffenheim ist ausgeglichen, Sieg Union, Sieg Hoffenheim und ein Unschieden, deswegen kann es auch statistisch sagen, ja, klingt vielleicht auch nach Unschieden, aber mein Bauchgefühl sagt da ganz klar Union auch später für die Tipps, Hertha gegen Bochum, Hertha gegen Bochum, auch sehr, sehr wichtig, insgesamt ist die Bilanz für die Hertha in Heimschieden gegen Bochum sehr gut, sehr gut, 14 Hertha-Siege, neun Unschieden, drei Bochum-Siege nur, letzten Spiele, gehen wir mal einfach von quasi aktuell zu chronologisch, gut, ja auch da, ja, hatte ich wieder nicht wirklich auf dem Zettel, aber letztes Jahr Hertha, Bochum zu Hause in 1 zu 1 gewesen und davor, weil das letzte Spiel zwischen Hertha und Bochum 2013, ich gehe es trotzdem durch, 1-1, 2-0 für Hertha, 2-0 für Hertha, 0-0, 2-0 Hertha, 2-0 Hertha, 3-3, 2-2, 1-1, 1-0, 4-0, 4-1, 2-2, der letzte Sieg für Bochum bei Hertha BSC war in der zweiten Liga im Jahr 1995, also das Ding spricht hier schon statistisch ziemlich klar für, für die Hertha, oder zumindest für mindestens mal Unschieden, Hertha natürlich, also für mich sind sie weiterhin weg, sie haben natürlich restliche Chancen noch, wenn sie jetzt gegen Bochum gewinnen sollten, Problem ist halt für die, dass sie in Wolfsburg spielen letzten Spieltag, und ich sehe da bei Gott einfach kein Hertha-Sieg in Wolfsburg, aber kann natürlich alles passieren grundsätzlich, also Hertha hat noch Resthoffnung, zumindest auf Platz 16 in irgendeiner Form, und muss eben da auch gewinnen, wie gesagt, die müssen gegen Bochum gewinnen, die müssten in Wolfsburg gewinnen, Scheißphase gehabt, der eine Sieg gegen uns, weil wir sind einfach so doof, letzte Woche dann aufs Maul bekommen in Köln, also eigentlich echt nicht so positiv, was das angeht, aber auch Bochum, auch Bochum, die hatten jetzt den Sieg gegen Augsburg 3-2, auch den, ich wollte jetzt gar nicht krass runterreden oder sowas, aber eben auch für unseren Optimismus, für unseren Zweckoptimismus, im Abstiegskampf, aber ist ja auch da formuliert, auf dem Sofa in die Richtung von, ja, also, die Weltleistung war es jetzt nicht, ja, da war ein Spiel, wo alles lief, auch so ein klassisch Auswärtsspiel von Augsburg, wo du dich auf die auch nicht verlassen kannst, wenn du es nochmal brauchst für Punkte, zwei abgefälschte Tore waren es, glaube ich, das eine Traumtor, und davor, Niederlage gegen Gladbach, unschieden Dortmund, Niederlage gegen Wolfsburg, unschieden Union, Niederlage Stuttgart, unschieden Frankfurt, witzigerweise auch alles davor, nee, Dortmund war noch zu Hause, aber die meisten Punkte vor allem auch auswärts geholt davor, da muss ich auch ganz klar sagen, dass Bochum auswärts auch ziemlich tief im Tabellenkeller hängt, also Platz 17 Auswärts-Tabelle, da ist nur die Hertha noch schlechter, ja, also von dem her, bin ich auch einfach nicht so weit zu gehen gerade, um zu sagen, ja, jetzt ist Bochum zurück, so, die haben uns schon oft in der Saison überrascht, dass sie doch noch am Leben sind, und haben ja auch absolut legitime Chancen auf den Klassenerhalt, aber das Spiel ist für mich auch statistisch gesehen, weil wenn die Hertha in irgendeiner Form irgendwie, ja gut, Heimstärke zeigt sich in der Halbtabelle auch nicht unbedingt, aber wenn sie ihre Punkte holen, dann auch eher zu Hause, und wie gesagt, auch da, nimmt vielleicht ein bisschen was vorweg, was ich nachher sage, im Tabellenrechner, aber auch da Hertha letztes Heimspiel nochmal, selbst wenn sie da absteigen sollten, dann irgendwie da nochmal mit Anstand abliefern, im letzten Heimspiel, ich sehe da glaube ich wirklich, also mindestens mal einen Unschied, wenn ich sogar den Hertha siege, auch hier rein auf der Statistik, ja, rein statistisch gesehen, Schalke, Frankfurt, Schalke, Frankfurt ist ganz klar für Schalke die Heimstatistik, 25 Schalke Siege, 16 Unschieden, neuen Frankfurt-Siege, und man da auch sagen muss, wie gesagt, da waren früher auch einfach andere Verhältnisse, da waren andere Verhältnisse, Frankfurt war früher auch mal deutlich schlechter als Schalke, auch vom Kader und allem her, letzte Saison tatsächlich ein 4-3-Sieg, schon war einer der wenigen, der wenigen Dinger von Schalke in der Bundesliga, also nicht letzte Saison, also letztes Mal in der Bundesliga waren, 2021, ein kurioses 4-3, da haben sie glaube ich auch sogar Frankfurt nochmal in die europäische, in den Kampf um Europa in der Tabelle, ziemlich, ziemlich reingehauen, 2-19 gewonnen zu Hause, 2-19 verloren gegen Frankfurt, 2-18 gewonnen, 2-18 im Halbfinale im Pokal verloren gegen Frankfurt, 2-17 verloren gegen Frankfurt, recht ausgeglichen, selten unentschieden, recht selten unentschieden, natürlich auch mehr Schalke Siege, je länger wir zurückgehen, 2-11, 2-9, 2-8, waren nochmal andere Verhältnisse, aber die Statistik spricht hier schon durchaus auch Schalke was zu zu Hause, 100 Prozent, jetzt natürlich die Klatsche gehabt, bei den Bayern passiert aber halt mal, es ist noch Bilder gesperrt, weiß nicht, wie es mit Jens aussieht, so die paar Spiele, die man mit Schalke einfach direkt im Kopf hat, dass natürlich Schalke auch nicht gut tut, dass die fehlen, davor der Sieg in Mainz, Sieg gegen Bremen, Niederlage Freiburg, Sieg gegen Hertha, ein Auf und Ab, aber ey Schalke muss man ja auch sagen, da dachte man, wie auch vielleicht mal Bochum zeitweise, dass die sicher weg sind und die sind noch voll im Gespräch da rum, jetzt aktuell auf Platz 16, voll im Gespräch, Frankfurt halt auch so ein bisschen durcheinander, zwei Siege im Pokal waren es, Union und wir, dazwischen Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage gegen Hoffenheim, aber jetzt eben, tatsächlich irgendwie passend eben, seitdem dann Klaasner klar war, dass es gehen wird im Sommer, nach dem Pokalfinale, kam der erste Sieg, Klaasner auf der Tribüne bei dem Spiel, 3-0 gegen Mainz, muss man auch sagen, Mainz gerade eh ein bisschen Formkrise, aber 3-0 gegen Mainz, was man da sagen musste bei Frankfurt, war ja wirklich lange, dass Frankfurt gerade in der Liga halt gerade einfach nicht da ist, so dieses Frankfurt in der Liga, die ist einfach die Pokalmannschaft gerade und in der Liga haben die halt den meisten irgendwie doch halt Punkte geschenkt einfach und nicht gut gespielt, deswegen dachte ich mir echt auch noch vor ein, zwei Wochen oder vor dem Mainz-Spiel vor allem, hey Schalke zu Hause in der Arena, was da wieder abgehen wird, gegen Frankfurt zu Hause, die gewinnt das Ding doch sicher. Das ist für mich zumindest teilweise wieder jetzt weg, weil eben Frankfurt vielleicht doch wieder ein bisschen die alte Stärke gefunden hat mit dem Sieg gegen Mainz und du kannst ja auch nicht in den Pokalfinale reinlaufen in zwei Wochen dann oder zwei, drei Wochen dann mit, keine Ahnung, Trenngelagen am Stück, kann es ja nicht bringen, sowas. Also ein bisschen mehr Hoffnung ist da schon da, aber ey, wie gesagt, auch statistisch gesehen und wenn Schalke was kann, dann sind es Heimspiele, da ist definitiv was drin für Schalke. Also statistisch gesehen ist hier 100 Prozent nicht, die Statistik gibt hier nicht einen Frankfurt-Sieg raus. Das ist mindestens mal unschieden, wenn nicht sogar eher Richtung Sieg für Schalke, auch eben in den letzten Jahren die Bilanz, wie gesagt, auch da einfach auch andere Verhältnisse gewesen, andere Bundesliga-Verhältnisse oder tabellarische Verhältnisse gewesen zwischen Schalke und Frankfurt. Und dann kommen wir zu unserem Spiel, kann man ein bisschen steller abhaken, habe ich ja gerade schon viel dazu gesagt, zu den Daten her. Frankfurt gerade ticken in einer Formkrise, wir eigentlich gar nicht verkehrt unter Hoeneß, letzte fünf Spiele nicht verloren gegen Mainz, trotzdem generell auswärts selten gewonnen in Mainz, auch in den letzten Jahren selten gewonnen in Mainz, deswegen gibt das glaube ich auch statistisch, wie ich es auch getippt habe, wie es auch gleich wieder dann tippen wird, durchaus ein unentschieden her, dieses Spiel. Und dann kommen wir zum Tabellenrechner, wo ich auch die anderen Spiele noch einfach kurz schnell mit reintippe, Freiburg gegen Wolfsburg ist für mich ein Heimsieg für Freiburg, sag mal 1-0. Immer so, immer ein bisschen das Problem jetzt wieder aktuell, weil wenn ich einen Tabellenrechner anschmeiße, dann meistens einfach nur mit so Orientierungstipps, also wenn einer gewinnt, 1-0. Spiel geht unschiehen aus, 0-0. Auswärtssieg, 0-1. Also ich tippe jetzt nicht so, nicht die genauen Ergebnisse mit 3-1, 2-1 und 2-0 und hier und so weiter, aber trotzdem bei Freiburg bleibe ich beim 1-0. Hoffenheim Union, gehe ich auch da, 0-1 Union, die machen da die Champions League fix und dann ist erst, oder ja doch, ja doch, auch fast, ja rechnerisch quasi fix. Hertha gegen Bochum, fällt mir ein bisschen schwer zu tippen, wie gesagt, ich glaube echt, dass sich die Hertha da mit Anstand nochmal verabschiedet. Klar, in Köln war ein bisschen was anderes als Anstand, aber zu Hause gegen Bochum, ich sehe da nicht, warum Bochum da auf einmal über die drüber fahren sollte, auswärts. Fällt mir aber schwer, ob ich sage, ja komm, ganz ehrlich, tipp doch auf den Hertha-Sieg. Warum nicht? 1-0 Hertha-Sieg zu Hause, ganz, ganz dreckig. Unschied natürlich auch absolut möglich. Schalke-Frankfurt, auch da, wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich ja auch noch gedacht, ach scheiße, das Spiel, da holen die ihre Punkte, stehen bei 33 Punkten, ach so eine Kacke. Kann auch noch passieren, das wird ein Wahnsinnskessel. Ich glaube aber irgendwie, dass Frankfurt da einen Punkt entführen kann. Ich sehe gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass sie da verlieren, Schalke, aber ich glaube irgendwie, dass Frankfurt da einen Punkt mitnehmen kann. Deswegen tippe ich hier auf, da komm 1-1. Bremen gegen Köln, sehe ich auch tatsächlich einen Unschieden, machen wir auch mal ein 1-1, machen wir jetzt nicht so die höchsten Ergebnisse gerade. Bayern-Leipzig, da muss ich ganz ehrlich sagen, viele hoffen da, dass Leipzig irgendwas macht. Die sind auch eigentlich gerade nach einer recht guten Phase, Leipzig, aber wenn Leipzig was holt, dann irgendwie auch eher, wenn sie da zu Hause spielen. Ich sehe es irgendwie nicht. Wäre natürlich cool für den Meisterkampf, wäre ziemlich geil. Trotzdem, das ist ein 2-1 für die Bayern zu Hause. Bei Mainz habe ich ja schon auf 1-1 getippt vorhin. Augsburg-Dortmund ist auch wie so ein Klassiker, den ich irgendwie im Hinterkopf habe zumindest, dass wenn Dortmund noch patzt, dann in Augsburg. Irgendwie haben wir uns schon oft da dumme Punkte liegen lassen. Ich glaube aber, wenn die Bayern gewinnen, wird Dortmund auch gewinnen. Wäre so der Klassiker, wenn die Bayern gegen Leipzig Punkte lassen, für mich aus 1-1 spielen Samstagabend, dann fährt Dortmund nach Augsburg und gewinnt da auch nicht. Das wäre so der Klassiker, aber hier tippe ich auch mal auf ein 1-2 für Dortmund. Diesmal nicht so die höchsten Tipps tatsächlich, aber ist für den Tabellenrechner doch gar nicht so ausschlaggebend dann. Und Leverkusen in Gladbach, das wird, auch wenn sie jetzt gerade live quasi ausgeschieden sind nebenher in der Europa League, das gewinnt ihr zu Hause, weil Gladbach ist einfach nicht das Wahre. Das ist ein 2-0 für Leverkusen. Würde ganz oben keine Veränderungen geben, würde heißen, dass Union quasi sicher durch ist. Leipzig noch einen Punkt vor Freiburg in der Champions League. Das heißt, die werden auch im letzten Spiel gegen Schalke zu Hause noch um Punkte oder ein wichtiges Spiel einfach für die gegen Schalke, was auch für uns nicht verkehrt wäre im Abstiegskampf. Freiburg auf 5, 6 Leverkusen, 7 Wolfsburg, 8 Frankfurt, auch noch mit Resthoffnung dann gegen Wolfsburg im Duell, aber im Fernduell, aber wie gesagt, Hertha spielt in Wolfsburg, die holen normalerweise dann doch was, die Wolfsburg. Also Frankfurt auch keine Chancen mehr auf europäischen Fußball über die Liga. Mainz auf 9, Köln 10, Gladbach 11, 12 Bremen, 13 Augsburg, die ich hier nicht mit drin genommen habe, weil 34 Punkte sind, glaube ich, dafür müsste, glaube ich, Augsburg noch alles verlieren und beim Rest wirklich alles komplett flüssig laufen, damit die noch richtig, richtig tief reinkommen auf Augsburg. Deswegen habe ich sie nicht hier spezifisch reingenommen noch in meine Tipps für den Spieltag. Haufen am auf 14, bleibt bei 32 Punkten, Schalke auf 15 mit 31, Bochum auf 16 mit 31, Schalke das leicht bessere Torfeld ist natürlich da, kann sich auch was verändern, weil da sind halt zwei Tore Unterschied nur, wir auf 17 mit 30 Punkten und die Hertha auf 18 mit 28 Punkten, was ich eben in den Heimsieg eingerechnet habe. Das heißt, Hertha hat die Chance noch, wenn sie in Wolfsburg gewinnen, hätten sie die Chance mit drei Punkten auch torfeldesmäßig an Bochum vorbeizuziehen, wenn eben Bochum verliert zu Hause gegen Leverkusen, das ist glaube ich dann nächste Woche, wir auch noch alle Chancen mit drei Punkten gegen Hoffenheim noch an allen irgendwie vorbeizuziehen. Schalke muss ja nach Leipzig, nicht die einfachste Aufgabe. Ja, und so sieht es dann aus. Dann natürlich gerne ein langes Ding geworden, hört es euch gerne an oder ihr habt es euch angehört, wenn ihr bis hierher gekommen seid, deswegen drehen wir es mal um. Danke an jeden, der es sich angehört hat, bis hierher. Ich sehe hier nur 57 Minuten bei mir in der Audiospur, natürlich fliegt noch ein bisschen was raus wegen Übergängen, aber genau, gerne eure Meinung zu den VfB News drin lassen, zur Prognose, Vorbericht für Mainz und natürlich auch gerne zu meinen Tipps, die vom Gefühl her ja auch echt ein bisschen ausführlicher wurden, als ich es vielleicht auch geplant hatte, aber ist dann so. Wie gesagt, Sonntag Mainz, es gibt von mir wie gesagt dazu nichts, also natürlich wieder danach Stichpunkte oder hocken wieder aufs Sofa, wie auch immer, aber nichts spezifisch zum Spiel am Spieltag. Da würde ich sagen, bei euch müssen zuschauen, hoffen wir auf ein gutes Spiel in Mainz, auf einen guten Spieltag generell. Diese Samstag-Konferenz, muss ich auch noch mal kurz mit reinnehmen, die Samstagskonferenz ist ja krank, die zocken ja alle am Samstag in dieser 15-30-Konferenz, Hoffenheim, Hertha, Schalke, alles Wichtige in dieser Samstagskonferenz, das ist krank und dann, wir sagen, bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF,